Boss Xymox, durchgängiger Kampfablauf mit Unterbrechungen bei 75% und 50%, Ad-Phase, während der Kampf unterbrochen wird, wird der Boss immun und es strömen mehrere Ad's in die Arena, die Immunität bleibt eine Minute bestehen oder endet vorzeitig wenn alle Ad's eliminiert wurden. Standardfähigkeiten, Überlichtfunk Nova, Funke, der von Spieler zu Spieler springt und Schaden verursacht. Kanonenbootbeschuss, Void, Ausweichen. Tanks, Blüfe der Verlagerung und Arkanverwundbarkeit, Debuff auf Tank, nach Ablaufexplosion, Arkanschaden und alle werden zum Tank hingezogen, AOE geringer je weiter man entfernt vom Tank steht, Tank muss Debuff am Rand explodieren lassen, Spieler nicht in der Nähe vom Tank stehen. Aktiver Tank wird mit Debuff belegt, Arkanschaden um 50% erhöht, abspotten. Zu den Kernmechaniken, 2 Spieler werden mit Debuff belegt, nach Ablaufschaden und Wurmloch wird hinterlassen durch welches man sich zwischen den 2 Punkten hin und her teleportieren kann, nach Nutzung, 3 Sekunden immun für weitere Nutzung, des Weiteren befindet sich in der Mitte der Arena eine große Orb, diese Orb kastet in regelmäßigen Abständen eine Nova die sich entweder von innen nach außen oder umgekehrt ausbreitet, kommt man mit der Nova in Berührung verursacht dies sehr hohen. Schaden, der Nova kann man nur ausweichen, wenn man die Wurmlöcher nutzt oder Teleportfähigkeiten, Blink und so weiter, Wurmlöcher clever ablegen und nicht von Nova treffen lassen. Phase 2, Add Phase bei 75 und 50% Bei 75% und 50% wird Boss immun und Add strömen in die Arena, gleichzeitig kastet Boss alle 2 Sekunden einen AOE, wobei jeder Tick Schaden um 10% erhöht, Adds umblasten und AOE gegen heilen. Melee-Add was sich bei 100 Energie transformiert, passiert dies gleicht es tödlicher AOE. Add Focus vor Transformation Kanalisiert Beam auf Random Spieler, was hohen Schaden verursacht und den Spielerslot, Kast kicken. Tanks, das Add kastet eine große kegelförmige Void, wegdrehen. ACHO EIN